Hallo, ich bin die Julia, ich zeige euch heute die PI Ziegelhofenweg im schönen Strebersdorf. Mein Kollege. Ich bin der Hüssin, ich bin 27 Jahre alt und ich werde euch heute auch begleiten. Als erstes kommt man bei uns in die Schleuse. Da sagen die Parteien, worum es geht, warum sie überhaupt bei uns sind. Dann geht es weiter in den Parteienraum. Im Parteienraum werden die ersten Anzeigen abgehandelt. Das bedeutet eine Sachbeschädigung, ein Diebstahl, vielleicht auch Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Und was wir auch ganz häufig haben, nachdem wir im schönen Grünen sind, dass da draußen ein Hund sitzt, der jetzt einen Besitzer sucht. Neben der Polizei ist meine große Leidenschaft die Fotografie. Und letztes Jahr durfte ich für den Polizeikalender fotografieren und da entstand dieses coole Bild dabei. Wir befinden uns gerade im Sozialraum. Hier wird gemeinsam gegessen, getrunken, wobei unsere wichtigste Begleiter hierbei ist unsere Kaffeemaschine. Doch das größte Highlight unserer PI ist unsere Terrasse. Die setzen wir uns oft mit Kollegen zusammen und tauschen uns gegenseitig aus. Wir haben immer wieder vor, dass wir Einsätze haben, wo einfach viel passiert, wo sich viel bewegt. Und dann redet man einfach mit Kollegen drüber und das war natürlich immer der Schmäh. Unsere PI umfasst 520 Quadratmeter. Ausgelegt werden wir für 50 Einsatzbedienstete. Aktuell sind wir 24 uniformierte und vier kriminelle Sachbearbeiter. Kommt's mit! Unser zweites Highlight ist der Fitnessraum. Hier wird regelmäßig trainiert, um uns für den Beruf fit zu halten. Das war die PI Ziegelhofenweg. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie uns. Und wenn ihr die PI so cool findet wie wir, dann stimmt's unbedingt für uns. Wer kann schon behaupten, dass nach dem Dienst eine Runde Scharkeln gehen kann? Bis zum nächsten Mal.